Und herzlich willkommen zu Donkey Kong 64 im letzten Fight und äh, in der letzten Folge haben wir ein bisschen gelost, aber ich weiß nicht, ob es jetzt bei dem, bei dem letzten Ding auf, auf Schnelligkeit ankommt oder ob wir wirklich warten müssen, bis er wirklich dann seine Arme wieder hochzieht, weil wir seien ja relativ schnell in der zweiten Runde und ähm, wir kommen ja sonst nicht an den ran. Oh, guck mal, wir brauchen jetzt alleine richtig lange, um erstmal das auszulösen. Das ist ein Spielchen hier. Drei Bellen brauchen wir alleine dafür schon mal. Und das Schlimme ist, ja, das geht ja noch. Die ersten Meinten sind ja noch okay. Ich kriege ja schon gut auf die Ome. Und das ist ja auch gut. Man kann hier ein bisschen ausweichen, kommt er schon. Ne. Ah, ich Idiot. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich habe dir nicht drücken sollen. Ich muss jetzt zweimal warten, glaube ich. Oder dreimal. Ne, jetzt zieht er zurück. So, was haben wir? Okay, zweites Mal. Oh, jetzt kommt er jetzt wieder mit einem Sprung. Das ist ja einfach, da können wir ja immer ausweichen. Ich will das gleich ein bisschen mehrmals. Einmal. Oh, shit, hätte ich drücken können. Man sieht, das meine ich, wenn er so ein bisschen... Er muss ich warten, muss ich nicht warten, das frage ich mich jetzt gerade ehrlich. Hier, guck mal, bei sowas, er hat die Arme oben, ich könnte abtun. Ich will sich fragen, muss ich warten, muss ich nicht warten. Ich warte jetzt einfach. Zweimal. Dreimal. Viermal. Sechs Mal, ich hab ihn. Jetzt ging es auf Warten hinaus. Und jetzt machen wir's way into the wing. It's a champ of chips. Ich will nicht wissen, was hier abgeht. Was will er von mir? Oh nein. Oh nein. Ah, mein Gott. guck mal wie weit kommen ich weiß gar nicht was ich machen muss ok verstehe es ich will nicht leben verlieren schaffe ich nicht von der zeit es könnte knapp werden das war die letzte und es ist dunkel im Ring. Stark. Fünster. Hopp hopp! Hey Jungs! Oh du bist 8? Okay. Boots the longest range. Okay. Blanky. Ich weiß nicht was ich machen muss. Wir werden es gar nicht sehen. Ich habe auf jeden Fall... Sie ist gerade... Hä? Hä? Das muss ich machen. Sag mal einer was ich machen muss. Ich kann ja nicht raus. Hä? Was muss ich machen? Ich verstehe glaube ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was ich habe. Ich weiß nicht was ich will. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht was ich wele. Aber ich verstehe immer noch nicht, was ich machen muss. Ich habe keine Ahnung. Ja, toll, dass man das Ding nicht erklärt, weißt du? Das ist ein bisschen komisch, echt, ey. Das Schlimme ist, ich habe dann auch weniger Leben. Das heißt, ich werde diese Runde verlieren. Oh, Mann. Was hat es mit den Fässern auf sich? Guck mal, da waren ja... Okay, die Dinger sind da, aber sind das jetzt Bananenfässer, oder? Ah, okay. Ich habe es, glaube ich, ganz leicht kapiert, aber jetzt noch nicht so wirklich mit Anhieb. Ich habe es, glaube ich, ganz leicht kapiert. Ich muss ja nie dann vor seine Fritze schmeißen. Also das ist so ein bisschen weird, weil ich denke, dass der... Ah, das ist eben... Ich habe es, glaube ich, ganz leicht kapiert. Oh. Ich habe es, glaube ich, ganz leicht kapiert. 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 Kommst du mal ein bisschen hier hin? Oh lol Nein, das ist, ey, mit Lenky ist echt kacke zu spielen, also Die Arena-Fights davon sind scheiße Ja, schmeiß das Ding erstmal runter Wie soll das? Aber das riecht mich grad ein bisschen auf Auf der anderen Seite macht man so ganz okay Ja, das stimmt, man kann beide Stellen nicht aus... Ja, genau, krieg ich auch nicht mehr Man muss immer wieder ausweichen Man muss jetzt fast werden und erstmal da hinten hinkommen Oh ja, dankeschön, Spiel Hier Jetzt hab ich keine Face gemacht, wo ich den Stickfinger ne scheiß Spiel halten kann Kacke Ja, bin eh tot Ganz kapier ich nicht Melodie spielen Okay, finde ich okay, dass er dann da hingelockt wird Aber dass man sich dann nicht bewegen kann Ist noch beschissener Und jetzt kommt der Wieder angetuckert auf einen Ja, jetzt krieg ich das fast wieder nicht, also ich werde gleich... Ne, das meine ich Ach, Spiel! Mann! Ich mach einen kurzen Karten und wir sehen uns sofort wieder Wenn wir wieder bei Lenklima eigentlich am Start sind Und ich irgendwie auch kapiert habe, wie es funktioniert Bis gleich! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020